Hallo Freunde, hier ist Herr Salio mit einem neuen Youtube Video für euch da draußen mit euren hässlichen Augen die zuschauen. In den Kommentaren haben die geschrieben, Salio, wenn du fahr'n runter in die Heimat, was pack'n ein? Heute gibt es ein Youtube Tutorial Video, was pack'n in meinen Koffer. Extra für euch. Fangen wir zuerst einmal an. Es sind ganz viele Kinder von Verwandtschaft, Onkel, Tanten. Was bring' ich denen mit? Natürlich Süßigkeiten, damit die alle direkt Zuckerschock bekommen und an Diabetes leiden. So, erste Sache. Das behalte ich, es ist auf dem Weg. Dann gibt es ein erstes Tor, du kommst an in Kosovo, alle fangen an zu weinen, tun oft traurig. Oh, wir haben uns ein Jahr nicht gesehen, Salio hat sich so verhendet und lange nicht gesehen. So, damit du direkt die Rotze wegmachen kannst und deine Tränen kocketttaschentücher. So, vielleicht werden dich von denen gesponsort, vielleicht haben wir auch nicht. So, immer dabei haben, man weiß nicht. Vielleicht schwitzt man auch, kann man auch ein bisschen wegpudern. So. Dann, ein T-Shirt hat hier an den Armen, der Monk. Der hat hier eine Gardine. Verratet mal für Weihnachts ist. Genau, für meine Cousine. Die kleine Gardine. So. Pack ich rein. Das ist für mich. Sommer, warm, ist leicht zu halten, ist aber stark wie ein Drachenpanzer. Auch für mich. So. Dann für die ganz kleinen Kinder, Mädchen, habe ich diese kleine Fustan gekauft. Das ist ein Hase. Ein Hase und zwei Katzen. Genau wie bei Albana, wenn Schläger heißt. Sehen die Hase, kommt die Zuspaktorie drauf. Und noch eins für die andere kleine Mädchen. Und in den Lauf wurde esch. Ein Hase und muss esch. Und dann haben die Luxe sind die Besche. Ja, so. Und jetzt die Lauf top. So. Damit man keine Zonenbrand bekommen. Dann die Füsen. Socken und die Zoma ganz ganz besthe. Bis zum kniegen und die Krucks zu ziehen. Und dann die Krucke zu ziehen. Perfect. Gibt nichts besseres. So. damit wenn ich durch die Strasse von Pristin laufe und die Leute in Kaffee sitzen, schreit trinken, Kaffee trinken, laufe ich mit meinen Hugo Boss anzuk darum, damit die Leute sehen, aha, die Typen hat Geld. Aber wenn die wüsste, das ist nicht ein Zentrum, aber die Tarnung macht alles. Dann, unter meinem Dschigem ist nicht gehen mal auf Kacken machen, verstehst du? Den muss ich natürlich dabei haben. Kann ja sein, dass die Zeit oder zu haben, da muss ich mir selber mein Thema machen. Natürlich meine Crocs, für lange Spaziergänge durch Natur, von Kosovo, Heimat, oder vielleicht zum Joggen, oder vielleicht auch Bostel, weil ich arbeite immer. Da muss ich meine Crocs dabei haben. Dann wollte ich zur Bank gehen, Kredit aufnehmen. Bisschen gesehen habe, dass mein Volumen ausgeschöpft ist. Weil ich habe für das letzte Mal, für die letzte Baustelle, habe ich 18 Millionen genommen, von der Bank. Von denen habe ich nicht rein Cent gesehen. Aber, habt ihr irgendwie bekommen? Keine Ahnung, klingt paradox? Ist es auch. So. Dann habe ich jemand anderen gefragt, ein Freund von mir, der hat ein bisschen mehr Geld als ich. Und ich habe gesagt, oh, oh, oh Freund, die Pakanz mit tausend Euro geben, ich muss runter in Heimat. Damit die Leute denken, ich habe in Gürbet Geld gemacht. Verstehen? So. Damit ich das ein bisschen angeben kann. Und damit alles, rund läuft, wie bei einem Kreis, damit keine Probleme auffallen, auftauchen, existieren, die deutsche Papiere. der will mir da was machen. Wer? Sag mir. Obama kann kommen. Er ist nichts mehr. Trump kann kommen. Und er wird Handschlag sagen, Salih, du bist auch Präsident. Alles Gute, Freunde. Das war mein Tutorial Video. Falls ihr noch andere Tipps und Tricks haben wollt, wie wir so Sachen ein bisschen schmuggeln können, mache ich das nächste Video. Einfach in den Kommentaren schreiben, was euch gefallen hat. Wenn euch nicht gefallen hat, Pech gehabt, kann ihr ihn machen. Interessiert mich auch nicht. Und viel Spaß in Heimat und Urlaub. Und alle Nationalen, die irgendwo runterfahren. Weil wir sagen immer, wenn wir in Deutschland sind, fahren wir runter. Kann aber auch andere Seiten sein. Aber wir fahren runter. Und alle, die runterfahren, viel Spaß in Urlaub. Peace and out.